Hi, ich bin's Taylor. Vor kurzem habe ich ein neues Haus in Just Not Rich gekauft, für mich und meine drei Katzen. Olivia Benson, Meredith Grey und Benjamin Button. In meinem Haus hätte ich gern, dass jeder Raum eine meiner Errors darstellt. Glaubst du, schaffen wir das? Heute richten wir Taylors neues Haus ein, aber jeder Raum ist ein anderes Album von ihr. Und die Terrassen werden red. Beginnen wir hier draußen gleich mal mit dem Briefkasten. Dann hätte ich hier noch gern einen kleinen Teppich. Und dieses Fass stellen wir noch hier hin. Und der ist auch süß. Und diese Pflanzen hängen wir auch noch an die Tür. Und das auch noch. Auf der zweiten Terrasse hat sie genug Platz, um in der Sonne zu liegen. Dann brauchen wir natürlich wieder den gleichen Fußabtreter. Und der Baum ist ja auch großartig. Bisschen over the top vielleicht, aber ich fühle es irgendwie. Dann brauchen wir hier noch einen Beistelltisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie hier draußen liegt und einen Cocktail schlürft und sich dabei Notizen für neue Songs macht. Und in dieser Ecke dann auch noch ein paar Pflanzen und ein paar Setzlinge. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Taylor gut mit Pflanzen ist, aber ich schätze sie so als Person ein, dass sie es zumindest probiert. Ich probiere es zum Beispiel auch immer wieder. Und trotzdem stirbt jede einzelne. Diesmal werde ich es hier draußen so minimalistisch belassen. Das wird unser erster offizieller Raum. Und der wird... Lava! Und was passt hier besser als das Pastell Popset? Hauptsächlich damit werden wir jetzt ihr Arbeitszimmer gestalten. Ich liebe diese Kombination. Es sieht schon einfach jetzt so nach Lava aus. Leider gefällt mir der Schreibtisch von dem Set überhaupt nicht. Da müssen wir einen anderen nehmen. Und dann noch der Computer. Dann natürlich ihre Gitarre. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie noch irgendein anderes Instrument zu Hause hat. Und ich würde die Gitarren auch viel lieber an die Wand hängen. Aber da gibt es glaube ich keine Möglichkeit dafür. Und ein Mikrofon brauchen wir natürlich auch. Und dieses Sofa. Alles in diesem Raum ist einfach so unglaublich cute. Ich liebe es. Dieses Sofa mit diesem Tisch und dann auch diese Pflanze. Es sieht so süß aus. Und dieses Bild brauche ich an der Wand. Und die Kerzen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass das ganze Haus abfackelt. Aber das ist nicht mein Problem. Und die Bernsteinlampe. Ich glaube, ich platziere wirklich alles aus diesem Set. Und dann noch diese Pflanze. Ich liebe dieses Zimmer. Und noch mehr Katzen-Content. Ich mache einfach Pfoten an die Wände. Ich glaube, Taylor würde das gefallen. Ich habe schon wieder was mit einer Katze gefunden. Dieses Radio. Es gibt in diesem Spiel viel zu viel Katzen-Content. Und wie perfekt passen diese Schmetterlinge eigentlich hier hin? Leute, ich habe schon wieder eine Katze gefunden. Und natürlich dürfen wir in keinem Raum vergessen, dass ihre Katzen auch einen Schlafplatz brauchen. Mit diesem Raum bin ich erst mal fertig. Und ich glaube, das kann ich nicht toppen. Ich liebe ihn. Und es schreit so was von Lover. Was sagst du dazu? Und weil ich gerade so motiviert bin, gehen wir als nächstes diesen riesigen Raum hier an. Das muss Küche, Esszimmer und auch Wohnzimmer in einem werden. Und dieser Raum wird... Evermore. Evermore ist der Natur belassen. Das heißt, ich werde sehr viel mit grünen und braunen Tönen arbeiten. Und außerdem brauchen wir natürlich jede Menge Pflanzen. Die Küche setze ich mal hier hinten an. Das kann sich alles natürlich noch ändern. Aber ich glaube, für den Anfang finde ich diesen Platz hier ganz gut. Ich liebe diese Kombination. Die Theken sind übrigens vom neuen Pferdepack. Und ich weiß zwar nicht, was mit den DesignerInnen von EA passiert ist, aber schaut euch mal diese großartige Holzmaserung an. Es sieht so gut aus. Bis vor kurzem hätte man dafür Custom Content gebraucht. Normalerweise kacke ich in Bau-Challenges immer so richtig ab. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Oh, und falls du es übrigens richtig kacke finden solltest, kannst du mir das natürlich trotzdem gern in die Kommentare schreiben. Ich bin erwachsen. Ich stehe da drüber. Aber auch wenn die neuen Baumodus Objekte immer richtig cool sind, bin ich es dann halt voll schade, weil es sind ja trotzdem noch die alten dabei. Und du kannst die neuen und alten fast nicht mehr miteinander kombinieren. Und mit dem Küchenbereich bin ich fertig. Und hier hinten machen wir am besten einen kleinen Katzenbereich. Perfekt. Für die Garderobe haben wir leider nicht wirklich Platz, aber zumindest ein Kleiderhaken und ein Spiegel. Das muss auf jeden Fall drin sein. Lass mir gerne in den Kommentaren da, falls du eine andere Idee für eine Bau-Challenge dieser Art hast. Und hier mache ich noch einen S-Bereich. Irgendwie wurde draus jetzt ein Imbiss-Tisch mit Barhockern. Und hier in der Ecke gibt es noch ein Katzenbett und einen Futternapf. Irgendwer hat mir nämlich mal gesagt, jede Katze braucht ihren eigenen Napf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das stimmt oder nicht. Ich habe tatsächlich keine Haustiere und deshalb keine Ahnung. Und auch der S-Bereich ist fertig. Wow, wow, wow. Ich weiß, Selbstlob stinkt, aber bis jetzt liebe ich alles daran. Und als nächstes widmen wir uns dem Badezimmer. Und das wird Reputation. Das heißt, wir werden ganz viel mit dunklen Farben arbeiten. Außerdem ist es auch ihr einziges Album, das ganz in schwarz-weiß gehalten ist. Deshalb werde ich auf jegliche anderen Farben verzichten. Was hier schon jetzt sehr belastend ist, wir haben leider nicht genug Platz, um eine Badewanne zu kaufen. Das heißt, die Katzen werden wohl immer stinken. Irgendwie gibt es in meinen Videos oft Probleme mit stinkenden Sims oder stinkenden Tieren. Ich weiß auch nicht warum. Und Katzenklo geht sich auch keines aus. Langsam wird es echt belastend. Aber wisst ihr was? Die Katzen pinkeln einfach draußen in der Natur. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Und zum Abschluss geht es ans Badezimmer. Das wird Midnight. Midnight ist vor allem dunkelblau. Es ist cozy und es spiegelt natürlich die Nacht wieder. Gerade habe ich dunkelblau gesagt. Ich nehme aber trotzdem das schwarze Bett. Alles andere passt einfach nicht zu unserem Vibe. Wie cool ist das? Was? Das ist einfach eine Sternendecke, die ich jetzt aber einfach als Boden nehme. Weil als Boden finde ich sie viel cooler. Die Decken sieht man im Spiel ja sowieso nie. Und dann möchte ich eine eher hellere Wand. Sonst wird mir der ganze Raum viel zu dunkel. Ich glaube, die passt ganz gut. Mit diesem Raum bin ich irgendwie gar nicht zufrieden. Aber früher oder später musste das ja kommen, oder? Und das Schlafzimmer ist auch fertig. Meine Favoriten sind eindeutig Lover und Evermore. Hi!